Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gibt leider keine guten Nachrichten. Heute früh um 5 Uhr ist Deutschland in Polen einmarschiert. Wir waren schon fast beim Dessert und jetzt sind wir Feinde. Das ist hier keine Frage der Politik. Hier geht es darum, Leben zu retten. Als Schwede bin ich neutral. Das macht Sie vermutlich zum gefährlichsten Mann auf diesem Schiff.